Er ist 21 Jahre alt, 88 Kilo schwer. Er stand aus Bulldusch in Albanien, er lebt aber in München. Achtmal kämpft er bei den Profis, achtmal war er siegreich, fünfmal läuft von durch Knockout. Er kämpft für das Gym Kickbox in Deutschland. Sein Trainer ist der ehemalige K-1-Weltmeister Johnny Keter. Der Keter ist ISK, K-1-Europameister. Meine Damen und Herren, der Lokalmatador aus München, Fürth Keter! Die Offiziere des Bundeskanzlers, als Superleiterin von Bullddeutschland im Südkopf, Frau Beatepöste aus Deutschland, Als Punktrichter von Bieren, Herr Doran Felibowitsch aus Deutschland, Herr Iko Beewitsch aus Deutschland und Frau Diana Mianu, ebenfalls aus Deutschland. Zeitnahme Michael Hittig, Arzt am Rink, Dr. Peter Mayer. Die Leitung des Kampfes hat Herr Iko Beewitsch aus Deutschland. Die Leitung des Kampfes hat Herr Iko Beewitsch aus Deutschland. . . . . . . . Arsene Okay, listen to my office. When I say stop, stop fighting. When I say break, step back, hold on to you. You should have lots of good back. My name is the guest of the Box. It's going to go to the German Profi-Meisterschaft in Cruiser Gewicht. The camp is on the last one. It's going to go to the title. It's going to go to the title. The first round. Bravo, Ferit! Bravo, Ferit! Vai, Tasso! Torx Pressup! F lång! Ferit! Faria! Ferit! 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 Forza Ferit. 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 Forza Ferit.